Ich lerne Deutsch. Nummer 14782 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Am Bahnhof steht ein verlassener Koffer. Die Polizei sperrt den Bereich ab, um Gefahren zu vermeiden. Am Bahnhof steht ein verlassener Koffer. Die Polizei sperrt den Bereich ab, um Gefahren zu vermeiden. Am Bahnhof steht ein verlassener Koffer. Die Polizei sperrt den Bereich ab, um Gefahren zu vermeiden. Ich finde, dass mein Aussehen bei dieser Beleuchtung besonders gut zur Geltung kommt. Ich finde, dass mein Aussehen bei dieser Beleuchtung besonders gut zur Geltung kommt. Ich finde, dass mein Aussehen bei dieser Beleuchtung besonders gut zur Geltung kommt. Das Müsli reicht nicht mehr bis morgen. Ich muss auch Marmelade und Zucker kaufen. Fehlt sonst noch etwas? Das Müsli reicht nicht mehr bis morgen. Ich muss auch Marmelade und Zucker kaufen. Fehlt sonst noch etwas? Das Müsli reicht nicht mehr bis morgen. Ich muss auch Marmelade und Zucker kaufen. Fehlt sonst noch etwas? Ich verstehe nicht, warum wir heute wieder so schlecht gespielt haben. Ich verstehe nicht, warum wir heute wieder so schlecht gespielt haben. Der Frühling ist die ideale Jahreszeit, um am Meer die Seele baumeln zu lassen und neue Kraft zu tanken. Der Frühling ist die ideale Jahreszeit, um am Meer die Seele baumeln zu lassen und neue Kraft zu tanken. Notärzte arbeiten in der Regel im Rettungsdienst oder in Notaufnahmen von Krankenhäusern. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.